so da bin ich wieder weiter geht's im geschäft dann gehst halt du wir haben ein paar raumschiff missionen die mal erledigen können stufe 32 nein stufe 24 ja könnte man theoretisch machen stufe 36 haben wir noch irgendwo was da hinten haben wir noch was stufe 28 wanzig jawal und balasua jawal und balasua jawal ist ja die mach mal die feindlichen schiffe sind gefährlich und schnell vorsicht ja ja die kommen gleich von der seite die mission hatte ich schon mal ich wusste es ja super schuss haha ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt bleibt nur der Rückzug Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aufgabentechnisch Gut gemacht Die Hangar muss ich noch zerstören Ihnen bleibt nur der Rückzug Okay, nur noch die Hangar und ein kleiner Abfangräger Achso, die haben wir noch hinten liegen, ja Ach, Verteidigungsattel Das Da deckt man noch alles Ein bisschen Ha, ein Böser weniger Jetzt müsste noch ein Satellit kommen Ja, da ist er Drei von vier ist nur noch ein Satellit Der tauchte ganz zum Schluss Drei 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 Das war's für heute. Ha! Ein böser Weniger! Hecht? 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 Wasp? Hecht? 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 So, die anderen hier werden wir aber erstmal aufgeben, die werden wir jetzt nicht machen. Denn wir wollen nach Taris zurück. So. Moin, mit Taris schon fähig, aber brauchst du nur noch... Ne, ich war gerade auf Ort Mantell, wegen den Holocronen. Das eine davon hatte ich schon tatsächlich, also ich hatte noch ein zweites zu holen. Und jetzt habe ich noch ein paar Raumschlachten gemacht, habe auf Ort Mantell ein bisschen rumgeguckt, wie man da ein bisschen rumbacken kann. Oh, jetzt liegt es zurück nach Taris Quest weitermachen, Darko. Ich bin noch lange nicht fertig. Das braucht noch seine Zeit. Das ist ja... Äh, hier. Wir machen das jetzt einfach mal. Das einzige, worum ich dich bitten würde, wäre ein Screenshot von weiteren Holocronen zu lösen. Ja, ich... Es ist hier nur noch das, was eingesperrt ist halt. Sonst habe ich bisher kein weiteres gefunden. Und auf Taris sind auch so ein Folocronen und ich glaube, das ist wirklich das Letzte. So schnell stirbt niemand. Dann. 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 Dann, dann. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Reaktivieren Sie blablabla. Warte nix, okay. Wo ist das? Wo ist das? Wie ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll ich hier reaktivieren, bitteschön? Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen zu übertreffen. Ich besiege sie, äh, verstrahlte Dingsbums. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Ähm, und da oben war dann bestimmt... Nee, das ist doch... Hä? Aktiviere... Ach, das mit den Rackgul... Oh, okay. Ich habe die falsche Quest ausgewählt. Ach, das ist doch... Ich muss mich in einem Fahrzeug zuerst... Nein, Sie opolisten sich fertig. Was ist das? Oof. Oof. Mutierter Raku-Alb-Trauma. Verstrahlt. Mutiert, mutiert. Hä? Ich soll 5 bis 7, 3 befinden sich nur hier drinnen? Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Wieso schnell stirbt niemand? Ich soll 5 bis 7, 3 befinden sich nur hier drinnen. Ich soll 5 bis 8, 3 befinden sich nur hier drinnen. Ich soll 5 bis 8, 3 befinden sich nur hier drinnen. Ich soll 5 bis 8, 3 befinden sich nur hier drinnen. Entschuldigung? Beides weiß, es gibt auch hier drinnen. Das war's. 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 Okay. Ich weiß nicht, was Sie sich denken, an diesem Ort eine Kolonie zu gründen. Das war's. 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 Ein Geschenk. 358, ooooh. Ok. Da liegt einer. Wir sind hier auf einer Mission der Barmherzigkeit. Ich zeichne dieses Holo-Tagebuch auf, um unsere Mühen für die Nachwelt festzuhalten. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Rugghule keine Tiere sind, sondern ehemals empfindsame Opfer einer Seuche, die Körper und Geist verändert. Die Seuche wurde durch Experimente der Sith erschaffen. Und wo die Macht Schaden angerichtet hat, da kann die Macht vielleicht auch heilen. Okay. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu kommen. Das besiegt da Rugghule. Da liegt das. Wettbewerb. 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 Vor allem. Die Versammlung. Wettbewerb. 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 Oh, Mann! Ach, ich soll hier noch 25 Typsies rumbringen? Nein, nein, die sind mir da viel zu stark. Wir haben in der Nähe des Raghul-Baus unser Lager aufgeschlagen. Aber wir hatten bisher kein Glück, Kontakt mit den Kreaturen aufzunehmen. Wir sind uns sicher, dass unsere Theorien Hand und Fuß haben, denn aus dem Bau strömt eine spürbare dunkle Präsenz. Genau diesen Einfluss müssen wir bekämpfen, wenn wir die Seuche zurückschlagen wollen. Also ich werde hier nicht die ganze Zeit gegen die Raghul-Baus kämpfen, denn die sind mir einfach ein bisschen zu creepy. Nein, die sind einfach ein bisschen zu stark. Ich will mich hier nicht stundenlang wegen Kämpfen aufhalten. Da ist nochmal eins. Die Meister Trey Trimbal und Lukwena sind tot. Sie kamen dem Bau zu nah und wurden angegriffen. Da war noch etwas anderes, das die Raghul-Baus angeführt hat. Es schien immun gegen die Macht zu sein. Ich fürchte, wir haben seine Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Eins noch. Ich kann mir vorstellen, es liegt da oben irgendwo rum. Ja, oder auch nicht. Gut, was war das denn? Oh, ne, sagt nicht, das liegt dort, wo der rumläuft. Oh, bitte nicht. Also ich habe jetzt drei Stück. Eins brauche ich noch. Oh. 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 Ich bin schon zu weit weg davon. Okay. Das ist doch hier vorne irgendwo. Also diese Bonusaufgabe mit den Raghul-Nee. Wo ist denn das Teil, das da oben hatte ich? Ich bin schon zu weit weg. Das liegt auch nicht dort auf dieser kleinen Popelinsel, oder? Oh. Oh, mein. Oder liegt das hier drin? Ach, da. Oh, okay. Ich habe es gefunden. Oh, ich kann es nicht sagen. Oh, meinst. Oh, ich bin allein. Ich kann mich nicht unternehmen. Das muss ich ja doch gegen so viele kämpfen, Mist. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Ja, komm, das war eine Wunde. Ja. 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 Ja ... Es wird nicht besser. Äh, durchsuche die befallene Ausgrabungsstelle. Ernsthaft. Gefallene Ritter. Das ist hier hinten. Wo wäre ich denn jetzt hingefahren? Transportplätze sind hier unten nicht erlaubt. Hier war ich doch schon einmal. Ich muss schon wieder gegen diesen hässlichen Boss kämpfen. Oh, ne. Ich muss da lang. Ah. Ich werde jetzt fast den falschen Weg gerannt. Das macht es nicht viel besser, wenn ich das Tier an uns sehe. Ja. 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 Ah! Das war's für heute. Nächste Quest erledigt, sehr schön. Ah, wir haben alles erledigt. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Du kannst ja keine Transportwelle benutzen. Na dann, wo muss ich denn hin? Was ist das? Raku, so. Ach komm, scheiß drauf. Die Angelegenheit ist so gut. 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 Ich helfe mich im ausschüttlichsten Hochschulen und kann dann aus dem Ohr eines Autos keine Gute aus Schimmerseide machen. Ich möchte mich nächstes Mal verbessern. Achtung! Ihr Wunsch ist mir Befehl, die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Äh, mal öffnen. Danke. Kira, was hast du für Handschuhe? Äh. So. Oh. Keine Sorge. Ah, mal Hose. Hast du jetzt definitiv mit Besseren. Gut, gut. Oh. 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 Es kann ja nur besser werden. Oh. 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 Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Das ist beschissen, der unter der Erde ist. Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Was ist denn das für ein scheiß Bug? Oh mein Gott, so... 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 Oh, wow... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott, so... Oh mein Gott... Oh mein Gott, so... Oder was? Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Ähm, ja, die sind besser als meine. Ja, komm, wir rüsten die trotzdem aus. Keine Sorge. Ähm, nee, wir bleiben bei denen. Kira kriegt die Schuhe hier, die machen 306. Hä? So, 306, 878 Rüstung. Nee, 306, 306 sind die gleich, ne? Gut. Ähm, dort haben wir auch erledigt. Alter. Äh, ja, haben wir ja fast soweit. So, dann machen wir noch die Quest. Also wir fliegen jetzt zumindest erst mal dahin. Oder TP'en uns dahin, je nachdem. Setzt uns hier kurz hin und ich mache eine kurze 5-Minuten-Pause. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Rockstar-Dancer till I drop. My life is a party. My home is the club. My state is the dance. Somebody never stops. Bis zum nächsten Mal.